Herzlich Willkommen zu einem neuen Video der Kunstwerkstatt. Heute möchte ich euch zeigen, wie man aus ganz einfachen Materialien ein schönes Mobili gestaltet. Ihr braucht heute nur einige alte Zeitschriften, einen Stift, eine Schere, Radiergummi, ein Lineal, einen Klebestift, eventuell ein Locher, ein Stück Pappe, ich habe hier von einem alten Müsli-Karton ein Stück abgeschnitten. Ihr braucht einen Zahnstocher oder einen Schaschlikspieß, ihr braucht eine Nähnadel mit breiter Öse, ein Stück Wolle oder anderen Faden und zu guter Letzt einen schönen Ast aus dem Wald. Zuerst zeige ich euch, wie ihr die Fische gestalten könnt. Dazu nehmt ihr euer Stück Pappe und zeichnet auf die graue Seite den Umriss eines Fisches. Diesen schneidet ihr dann aus. Dieser Fisch bietet nun einerseits die Grundlage eurer Mobili-Fische, andererseits ist er wunderbar geeignet als Schablone für weitere Fische. Schneidet nun so viele Fische aus, wie ihr mögt. Nun kommen zum ersten Mal die Zeitschriften oder Prospekte von euch zum Einsatz. Sucht euch eine Seite mit einer schönen Farbigkeit heraus, legt euren Fisch darauf, zeichnet die Umrisse nach und schneidet diesen Fisch mit der Schere aus. Diesen Zeitschriftenfisch klebt ihr dann mit dem Klebestift auf den Pappfisch. Dasselbe macht ihr dann mit der Rückseite. Und das Ganze dann so oft so viele Fische, wie ihr haben möchtet. An mein Mobili möchte ich nicht nur Fische, sondern auch ein paar Perlen dranhängen. Mein Problem war, dass ich keine Perlen zu Hause hatte. Deswegen möchte ich euch heute zeigen, wie man auch aus alten Zeitschriften oder Prospekten schöne Papierperlen basteln kann. Dafür braucht ihr wieder ein paar Seiten aus alten Zeitschriften. Für diese Papierperlen braucht ihr spitz zulaufende Papierstreifen. Außerdem kommt jetzt euer Schaschlikspieß oder Zahnstocher zum Einsatz. Auf diesem weißen Blatt Papier zeige ich euch zunächst, wie ihr diese Papierstreifen abmessen und ausschneiden könnt. Messt am unteren Rand eures Blattes zum Beispiel 2 cm ab, so breit wird eure Perle. Dann messt ihr am oberen Rand genau die Hälfte dieser 2 cm ab, nämlich 1 cm. Dann verbindet ihr die Markierung unten mit der oberen Markierung. Außerdem verbindet ihr dann oben die Markierung mit der rechten unteren Ecke des Blattes. Dies ist quasi die zweite Markierung eurer 2 cm. Genauso verfahrt ihr nun mit euren Zeitschriftenseiten. Schneidet euch am besten gleich mehrere solcher bunter Streifen zurecht. Nun kommt euer Schaschlikspieß. Nehmt nun den ersten Papierstreifen und legt ihn mit der breiten Seite an dem Schaschlikspieß an. Dann beginnt ihr den Schaschlikspieß zu drehen und den Papierstreifen ganz eng um den Schaschlikspieß zu wickeln. Wickelt den Streifen wirklich ganz eng und fest um den Schaschlikspieß herum. Auf die letzten 2-3 cm eures Papierstreifens macht ihr ein bisschen Kleber und fixiert so das Ende des Papierstreifens. Habt ihr nun das Ende eures Papierstreifens gut festgeklebt, könnt ihr nun eure erste Perle vom Schaschlikspieß schieben. Und nun könnt ihr beginnen mit eurer Perlenproduktion. Macht so viele Perlen wie ihr mögt. So, jetzt solltet ihr einige Fische und einige Perlen fertig haben. Dann nehmt ihr eure Nadel und stecht bei den Fischen jeweils oben und unten ein Loch vor. Fädelt nun euren Faden in die Nadel ein. Dann beginnen wir damit eine Perle aufzufädeln. Wenn ihr den Faden durch die Perle durchgezogen habt, macht ihr am Ende am besten einen Knoten. Dann rutscht die Perle nicht vom Faden runter. Dann verfahrt ihr genauso mit den Fischen. Geht erst durchs untere Loch und macht wieder einen Knoten. Am besten zwei, dann hält es richtig gut. Dann zieht ihr die Nadel mit dem Faden durch das obere Loch des Fisches. Dann kann wieder eine Perle folgen oder der nächste Fisch, wie es euch gefällt. Wenn ihr nun verschiedene Perlen und Fische aufgefädelt habt, könnt ihr den Faden abschneiden. Diesen ersten Faden können wir nun auch schon an unserem Ast verknoten. Insgesamt könnt ihr drei oder vier verschiedene Fäden mit Fischen und Perlen herstellen und diese alle oben am Ast festmachen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!